Ja, ich habe heute die große Ehre, neben der Emilia zu stehen. Das ist unser Nachwuchstar hier bei Holiday on Ice. Schön, dass du hier bist. Hi! Hallo! Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Du, ich bin ja total neugierig. Erzähl mir mal ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also, als ich erst irgendwie zwei war oder so, war ich einfach mal auf dem Eis im öffentlichen Laub. Und es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass meine Mutter einen Eislaufer aufgesucht hat. Und der hat aber gesagt, dass ich dann erst ab vier Jahren kann. Und dann, als ich endlich vier geworden bin, habe ich ihm gesagt, ja, Mama, Mama, ich möchte jetzt endlich aufs Eis. Und dann bin ich dazu gekommen. Mit zwei Jahren, das ist echt faszinierend, weißt du, das ist ganz, ganz toll. Und wie ist es so mit deinen Mitschülern in der Schule? Was sagen die dazu? Also, die finden das schon cool, dass ich das auch alles so schaffe. Und meine Lehrerin hat mich auch heute darauf angesprochen, dass ich mir heute in Eis mitmache, weil es in der Zeitung stand. Und da waren die Mitschüler auch ganz beeindruckt. Wir sind jetzt erstmal baff, ne? Sehr schön. Warst du hier schon mal in Nürnberg, in der Arena? Ja, also ich trainiere hier ja auch. Aber jetzt, so dass da die halbe Eiswahl verkleinert wurde und so, war ich halt nur, ich habe halt die letzten Jahre schon mal heute an Eis zugeguckt. Aber da war es halt immer schon dunkel und so, und so, als ich das alles gesehen habe, war ich noch nie. Schön, sehr, sehr cool. Du hast gesagt, du bist ein bisschen nervös. Ist es das erste Mal jetzt hier, dass du bei Holiday in Eis dabei bist? Ja. Geht es für dich auch noch in andere Städte? Nein, ich bin nur hier in Nürnberg. Du bist nur bei uns, sehr schön. Hey, da bin ich ja total, total super froh, dass ich dich heute noch vor die Kamera bekommen habe. Danke dir. Bitteschön. هہہہہہہہہ ... Das war's. Das war's.